Hallo Bienenfreunde, heute haben wir Mittwoch, den 28.08.2019 und ich möchte heute diese Begattungseinheit auflösen. Da sind ja zwei kleine Völkchen, die sitzen jeweils auf sechs Waben und da möchte ich jetzt eine hier auf die Mini Plus umsiedeln und eine bleibt hier drin, die überwintert dann auch hier drin. Da schauen wir jetzt mal rein. Okay, so die Mini Plus habe ich folgendermaßen vorbereitet. In der oberen Zarge sind sechs Futterwaben, in der unteren, in der Mitte vier Leerwaben, rechts und links eine Futterwabe. So haben die da jetzt, das sind 900 Gramm mal sechs, also 5,4 Kilo Futter drin und die vier Leerwaben hat die Weisel dann noch Platz zum Stiften. So, ich hoffe, sie sind heute gut gelaunt. Es ist nämlich sehr, sehr warm hier. Nehmen wir mal die beiden runter. Die stellen wir erst mal hier drauf. So, ich weiß jetzt nicht. Also ich werde die hier jetzt umsiedeln dann in die Mini Plus, die sechs Waben. Können wir die Bienchen auch gleich rein schlagen. Ja, wie ihr seht, die sind schon sehr voll hier. Und ich hoffe, dass ich auch gleich, hier haben sie schon eine volle Futterwabe. Der steht verkehrt drüben. So. Mal gucken, wo die erste Wabe mit Blut kommt. Ja, hier ist die erste Blutwabe. Königin ist gezeichnet. Sollte eigentlich zu finden sein. Aber wir schauen dann mal. nur eine Wabe mit frischen Eiern und Maten. Nur eine Wabe mit frischen Eiern und Maten. Königin habe ich hier noch nicht entdeckt. Königin habe ich hier noch nicht entdeckt. mal gucken, ob ich hier über eine Wand herumläuft. Also hier ist sie auch nicht drauf. So hier drin ist er auch nicht. Da muss man mal schauen wo sie ist also hier ist sie nicht drauf auf der Futterwabe wird sie sich wahrscheinlich auch nicht aufhalten denke ich mal nicht nein die hatte hier auf jeden fall ein grünes pünktchen merke ich habe vergessen mir die Handschuhe anzuziehen ja hier ist er die war schon mal ein bisschen nervös hier ist er sucht er eifrig nach leeren Zellen also alles im grünen Bereich da können wir das so lassen Königin ist hier drin das war es denn eigentlich schon da können wir dann den Rest wieder draufsetzen das machen wir jetzt auch erst mal da muss man gucken ob ich es richtig rum habe natürlich genau verkehrt rum damit haben wir eine mini plus mehr da bin ich jetzt bei 5 mit einem